Super, Alois, klasse, hopp, zieh noch mal. Super, Lusia. Super, Lusia, Kastner, der B.U.K., ERC, Vora, Hegel Fichte ist im Ziel, ebenfalls die Nummer 11, Jörg Kaufmann. 1, 2, 9, Schapurek aus Vorkheim, sein Vorname bleibt im Zweite, Herr Vorkin, mit 146, der B.U.K., M.T.P., Hasbrook. Super, Alex, auf Alex, Alex, Zielkanal. Die durch, jawohl, du hast gesagt, super, aufgemacht auf den letzten Wiener. Die 89, der Günther Röhner aus Bruse, sie war, während die 351, noch eine ganze Runde, die Vorsicht hat, der Franz Schwingler vom Plan 0 Marathon. Du hast doch nicht in den Fokus geholt, um einen Zinanlauf zu können, auch schon passt. Ja. Flüssig, g'seinn. Ich hab's gemerkt. Die nächste Kamel, Kamel, Schäfers wieder, sehr, sehr schön. Ja, gut. Franz Hüchter, die Ohren von Korn. Ja, Entschuldigung, ich hab jetzt wieder... Ein, ein weiteres, Senor, 338, hoherGolden bei der деревischen Aussekten. In der Umfleischung. Okay. Sehr schön. Ah, der Juni, der Juni von Korn. Gertrud Jäger 312, die Bestattung aus Beisebühne, schaut's gut aus, der heute will ich weiter in dem Orangendress, Birgit Lechelbis, nein, nein, zwölf Kilometer Hand sind sie, Sie, Berger Birgit, der Hedder vom SSV-Großenslieber, Neubeutsch, 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 Neubeutsch. Der 278, Michael Weiße, den seine Frau, ja, Olympionikin, einen, ja, aber die kennt man, die kennt man, die 233, sie gehört zur, die Karta Bayer, Kreatlini, 12,16 in der Finisherzeit in der Langdistanz, Karta, gut gemacht. 386, Andrea Stadtenbacher ist im Ziel, super Andrea, Kompliment auch an die Nummer 19 und an die 268, an die Stefan Scheuermann und den weiten Rotkegel. Und da lässt jemand, Ladies first, so sieht man das gerne, die 39, Rosi, starker Sprecherweinerin, Stein Rosi. Und sein Jünger, Christoph Stummerwünsche, der Wolfgang kommt. Jürgen Wien, 1-6-3 im Ziel. Klasse Wolfgang, auf, kommt noch eine Runde, auf, super. Und in die nächste Runde, in die letzte Runde, geht der Wolfgang, Wolfgang Leib vom TSV, Dingerseil, den 1-1-2-Finish, Anni Lange aus Volkheim vom SSV. Aufgehart, 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 Gas! Super Hubert, auf Hubert, klasse! Super Hubert! Super Hubert, finish to the win. Das ist nicht, ob der Matthias schon da ist. Willst du die Hände schon aufbauen? Kommt! Au! 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 Was? Ja? Hast du die Jagd, oder? Norbert Chaos aus Volkheim, Norbert! Gut gemacht! Super, Carola! Klasse, Carola! Die Carola Schütze aus Volkheim! Jawohl, Carola! Ja, ganz kurz! Und ein weiterer Fini! Auf Matthias! 2, 9, 9... Kommt Matthias, auf! Klasse, Matthias! Ja, zu 100 Stunden! 1, 4, 2, 10, 10... 1, 2, 10... 1, 4, 10... 1, 4, 10... 1, 4, 10... 2, 10... 1, 5, 10... 1, 5, 10... 1, 6, 10... 1, 5, 10... Hey, war doch wieder gut, oder? Das ist schon... Auf, Heinz! Klasse, Heinz! Super! 1, 5, 10... Schieds von Heinz, Heinz! Tolle Leinstock! Super Wolfgang! Klasse! Hoppauf! Super Wolfgang! formidable Förderung! Wie freu! Stersche, fertig! Und zufrieden mit allem? Zufrieden mit dem Veranstaltung, oder? 제대로! Danke. 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 Tschüss. Wie heißt es? Drei Königslauf in Kessbach. Okay, und da in der Schneewüste sind wir gelaufen. Die Schneewüste, der eisigen Schneewüste. Okay, schneller Rundschwenk und Tschüss. ... ... Vielen Dank.